Im Süden, der Radio 7 Telefontrack. Tag, Mann. Ja, das gehört Wasserschutzamt Baden-Württemberg-Heimerdinger. Ja? Ich brauche einen Termin von Ihnen für eine Emissionsüberprüfung Ihres Hundes und Pferdezuchtbetriebes. Passt Sie nicht dann nächste Woche am Montag? Ja, okay. Können Sie dann schauen, dass alle Tiere anwesend sind und dass da keins irgendwie dann außerhalb verbracht oder versteckt wird? Ja, dann müssen Sie da halt kommen, aber ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass da alle Pferde umgebracht sind. Sie wissen schon, aber wenn da irgendetwas so ist, dass wir den Verdacht händen, dass Sie da irgendwelche Tiere, Pferde oder Hunde verstecken oder uns vorenthalten, dann haben Sie ein Riesenproblem. Also jetzt einmal in der ersten Länge, ich verstecke nichts, ich vertusche nichts. Ja, wissen Sie ja, wer... Seit 15 Jahren, wenn Sie mir jetzt irgendwas unterstellen. Ja, ich sag's Ihnen doch, Sie sind im problematischen Bereich. Und wenn Sie jetzt... Ja, machen Sie doch einfach, wenn Sie vom Amt sind, machen Sie doch so oder so, was Sie wollen. Jetzt kommen Sie vorbei und machen Sie, was Sie wollen. Ja, gut. Jetzt machen Sie doch so oder so, ich mache doch jeden Betrieb, Karl. Dann bereitet Sie Ihre Tiere schon mal drauf vor, weil die müssen einzeln befragt werden. Ja, sind Sie noch ganz sauf, oder was? So kennen Sie mit uns selbst... Ja, hört doch auf, was, wenn Sie mit meinen Pferden sprechen. Ja, was Sie so zum Essen kriegen und wie die Ausscheidungen sind und so. Wissen Sie, wegen Biogas. Was war mit dem Biogas, man, leck mich am Arsch mit deinem Biogas. Frieden Morgen neu, um kurz nach halb sieben, der Radio 7 Telefoncheck. Hallo? Hier ist der Telefoncheck von Radio 7. Äh, das haben wir doch halb erdringt, als wir das zeigen. Ja, das war ein Scherz. Doch, vielleicht können Sie doch mal das Dampfleid so schweißen. Ja, das war ein Scherz. 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 Vielen Dank.